Schönen guten Abend liebe Leute und herzlich Willkommen zu ner neuen Runde Heroes of the Storm Mit dabei der Rolf Zeller Hallöchen Und der Maggi Jao Und wir sind hier auf der geilen Karte Schlachtfelder der Ewigkeiten Ich glaube ich äh ungelogen bis wir einmal gewonnen haben Ne ich glaube wir haben die zusammen noch nie gewonnen Ne zusammen nicht, darüber hab ich mal alleine gespielt Ich geh jetzt mal genau Sollen die da unten zusammen machen? Zwei Eins Wir poschen hier jetzt einfach Hardcore die Tür immer durch Ja genau wie in den letzten Episoden machen wir das genauer auch Ich geh mal hier in den Nebel damit mich keiner sieht Dann Ah Mich hat bestellt Hier jetzt haben wir ihn Hardcore Wieder in den Nebel warte lass sie kommen Komm Wem soll ich kommen müssen? Wem soll ich kommen müssen? Ich bin dafür dass wir uns das Camp schnappen sobald es bleibt Das soll sich nur ein Top in die hin Ach guck mal schon wieder einem Ein Millimeter zu kurz Oh Ja das ist jetzt hier Oh Nicht so gut Kurz zum Brunnen Du schnappt Lass noch was schwimmen So die äh ich kann einen Griff mit drauf Ich schnappen Ich schnapp mir wen soll ich erkält das ne? Wer erkält das wenn auf jeden Fall erkält ist Da ist er Hey pass auf Nein Nein Ich guck es dann Ne du bist bei mir in meinem Oh aber wir haben die Gut Aufs Mord gegeben Dann verschwindet die wieder an wirklich ne? Ja die verschwindet auch aber ich wollte den anderen nicht rauslassen Ich hab wieder das Prisma Ja der hat sich rausgesleadet Ich hab das Prisma wieder Ja das tolle Prisma Ja das hat doch gerade funktioniert Mhm Ja gerade Okay Brrr Ach ne das ist ja dieses Jahrhundert Wo wir jetzt in der Mitte die Viecher da hauen müssen Na jetzt Kickt einen wenn wir uns fliegen Gibt kein Mana mehr Na ich auch nicht Wo? Wir müssen Eigentlich in die Mitte Naja wir müssen runter komm Muss ich aber eben kurz mal Mana holen Ja Ich bin mal ohne Mana gegangen Ich auto attacke Woah Boah Hier der Typ der Typ der Typ Ja ja Der heißt Q man Kuh man Professionell heißt der so auf der Summe Ich hätte mir mal Mana holen sollen No 9 Diese dreiste Sau ist aber schnell gewesen ne? Kuh man kommt von hinten Ja ich hab trotzdem kein Mana Jetzt haben wir ihn Yes Wir müssen einmal kurz back Wir müssen einmal kurz back Links geht er links geht er Das ist gut Haben sie die Abklingzeit der Brunde verkürzt? Nein Okay Kommt mir so vor Allerdings hab ich auch von dem Spiel keine Ahnung ne? Jawohl die wird gestunnt Nein Nein Wir sind nach haus gekommen die Erde Ach ne das ist ja ihr Ding Ja haben wir Ja habt ihr noch das Dauer Ich kacke Und wieder raus Rauf zum Camp das geht Ne ich bin kurz nach hause Wir sind siegreich Oh jetzt gibt's hier Kills auch für die Fähigkeitsstärke Egal ich bleib bei meinen Leichenspinnen Wir pushen das hier jetzt ne? Ich verstehe Ja Zu mir Sterbliche Wir marschieren gegen die Tore der Hölle Jawoll Weißt du warum kriegt denn der schon so viel aufs Gesicht? Weil der kacke ist hier Nein Nein Der hat mich gestrangen sonst hätte ich ihn gehabt Das ist ein Drecksloch So jetzt sind sie gefangen Easy Und Bums Und Bums Nein das sollte ich nicht sagen Immer wenn ich easy sage ist vorbei Oh besser Triss Friss Misere ihn Und Bums Ja wenn das noch nicht geklappt hat wollte So wollte nicht so weit Okay Oh Okay Ich geh auf den Turm hier unten Der ist out of ammo Boah ich krieg auch eine gute Hesse Ich glaub das ist ja Ja egal Komm ich briss mal wieder einen Ja nach oben Ja einer muss hier bleiben Nö Ah gute Antwort Warum denn? Ja wegen Tothauen und so Ja ich hol den Kelters rein Ja hol rein Naja das geht nicht mehr Jetzt hab ich fast sehr mehr Oh Oh zu viele Haut auf Mana Hab ihn Hab ihn Ähm Ähm Ist er schon? Aber ist egal Das war's wert Ähm Yes Es läuft ganz gut Ich bin ja Im Verhalten DTC macht irgendwie ein bisschen Stress Aber es ist okay Okay Ja Ich bin ja mal kurz so Ab zum Fischen unten Schnell Ja Die anderen hauen schon drauf Ich weiß nicht ob wir Ich weiß nicht ob wir Ich weiß ich genau Kann man schnappen Oh da kommt ja ETC Wo seid ihr denn so? Ja nach unten Ich muss mal Was auch Wolf Okay die Kuh Die Kuh die Kuh Ja 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 ich bin Nooon Zack Ara Geil sehr gut Ich schätze das war Wolf Ja Ja Das war Maggi Pass auf Alter Böse Sachen Durande Durande Doch Ey Durande Durande komm wieder Ich hole in die Schnauze Ha Das Gewirr einfach ist doch Das Leben Ja warum hast du das Ansagen grade nicht gemacht? Ja Zack Durande geholt Ich hab's auf Bann Ne? Ja Was auf Bann? Ne? Oh Auf das Viech weiter Auf das Viech Ja 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 Das geht aber nicht Das geht aber nicht Wir können das nicht ganz weg Wir gehen Das willst du mir nicht Vielleicht kann ich einen weglocken? Ja Kann ich Ich hab die schöne Kämmer an Alter Du bist so geäuchten Kälter ist mal hinten Jetzt Walla Drauf drauf Dammit 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 Nein die ist tot Zurück geht Dammit Dammit Oh nein Alter Ja Mein Fräse Alter Das ist doch so knapp jetzt schon 690 Alter 305 Sind die alle tot? Ja ich bin nochmal durchgerutscht Aber es war nichts Soll ich mal außen rum gehen Und dann versuchten dann Irreste raus Na hau Lili muss abmachen Lili muss abmachen Lili machen Lili machen Sauber Okay Jetzt äh Hier hin Lili helfen Ja muss auch mal ein bisschen LARP LARP spreaden Weißt du? Wie sieht's denn aus mit der fucking ULTI Alter Ich hab ja gerne mal meinen Clubs Bitte auch gerne mal den ULTI Ich prismisiere So ich hab irgendwen Ich nicht Oh jetzt ist der Klotz da Und drin Oh ja jetzt hab ich auch Äh Ich mach mal diesen Unterdrückungsimpuls Ich hab ja noch nicht genutzt So zugeschmertes Tor Und Welle eingeschmert Mach ruhig Oh ja Irgendwie so ein und so raus Und dann raus Oh nicht getroffen Ich hab das mal Warum nicht Ja Aufpassen Schön Es läuft Aber alles Ich muss mal weg hier Oh Rausgehen 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 Geiser Bleib draußen Du bist gleich tot Ja 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 Ich weiß Ich wollte den einen für euch in Reichweite bringen Oh Die Tyrande hab ich ja auch gemacht aber Nicht so schlimm Es läuft Hammer Fast Alter und die ist schon wieder ab Okay erst bang Versucht oben das Lager noch zu holen wenns geht Oder unten genau Oh Ne ich geh nach oben Ha 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 Willkommen zu zweit Dritt Willkommen Los wir gehen hier rum hinten rum Und da ist ne Leroli Und Da Haben wir das Und Bis Scheiße Hier das liegt Hier noch nie Nein Hab ich rausgenommen Aber nein Ah scheiße Hab ich zu zweck gesehen Ah Fokus So jetzt nichts mehr riskieren Damit wir gleich Vollzillig sind Wenn es um die Wurst geht Ich muss mich zurückziehen Ja Wir sind ähm Relativ low wenn es jetzt gleich los geht Wir können dann die invaden Die geister sind einverstanden Wie sie Da links ist er Schön Ja Aber lass uns versuchen welche von den anderen auf den Kopf zu hauen Du drückst das immer so eloquent aus Ja Ich finde es schön Die sind auch schon dran Ich habe auch dann kann ich Solch einen raus holen Weil der hat Ja Ja Mach mal Ja Mach mal 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 Chiranda ist fast down Ja Aber es ist zu Ja Sagara Sagara Ach mal raus Oh nein Jetzt steht hier der Ulti drin Mann das kann nicht sein Alter weil die solche Gegendrennen hier irgendwo Ich habe es nicht gesehen Ich habe zu viel Schaden gekriegt irgendwie Kann nicht ne Das kann nicht Ja die hauen aber auch nicht wirklich auf unseren ein Ich bin jetzt mal los Ich bin jetzt mal los Ne die hauen noch die Lid Die bleibt aber safe Ja aber nicht so wirklich viel Ja jetzt Ah jetzt jetzt mehr Ja ja Aufpassen hier Haben sie wirklich jetzt gekriegt? Ne haben sie nicht Ok alles klar Wir kommen jetzt Wir müssen jetzt alle alles weisen Ja warte warte Ich hole die Waller Oder einen raus Mir egal Ja aber go jetzt Ja das gibt's ja nicht Ja das war nix Gut Was habe ich denn da für einen Burst gekriegt auf einmal Habe ich mir ein Ulti noch machen können? Ne Oh 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 Ja Richtig Keltas ist unten auf der Bot Und pusht gegen Das heißt der ist oben nicht Ähm Wollen wir versuchen die Waller zu kriegen Oder? Ne man konzentriere ich Meist mal das Vieh Dass wir erstmal alle wieder da zusammen kommen So wird das Vieh relativ schnell dran sind Ja den Ja alles klar So jetzt machen wir unser Handcamp Ja Oder oben ist Camp Ja genau Ja ich geh oben Na ok Hardcamp alleine ist immer scheiße Boah es ging ab Flott Ich geh oben Äh ganz oben rum Holt die Tyrande Ne ne Holt die Ne Hardcamp Ne Ne Die abfrühstücken Alles zusammen Hier da ist aber Lassen wir sehen Hier sind's halt Die warten noch mal was Dass wir das machen Komme Ja das wäre jetzt angebracht Ja ihr macht doch was Ich bin ja auch nicht vollzählig Yes Das war geil Äh low camp unten Was krieg ich denn da noch für Schaden Das soll sich jetzt auch nicht Da der Kälter das bis zuletzt überlebt hat Süb ich mal vom Kälter das oder Ja wahrscheinlich ja Ja Zwei Wäsche Ich werde bald erscheinen Wie auch mein Gegenspieler So oben Da 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 Nein Ähm Wir sollten nach oben gehen da wo das Camp ist Die Häufe sind ja sonst ja nicht so alleine Ja die hat hier natürlich überall gewordet ne Mit ihrem scheiß Schleim Ja 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 So Unsterblichen sind gleich da Aber die auch hier sind auch wieder da Unten Ja unten sind's zwei Tyrande Weiße Nein Einer ist weg Oh Gott alter Wie 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 krass alter Ich hätte die Ulti machen müssen Das gibt's doch nicht alter Wir haben alle so Alle auf den Arsch gekriegt Jetzt sind die Teams even Und Kills der Ja Ja vor allem der Äh Da werden wir nicht mal viel wegnehmen können Von der Panzer Der hatte noch erstmal ein gutes Schild Ja Scheiß Ja pass auf dann würde ich vorschlagen Konzentrieren uns nicht auf das Vieh Konzentrieren wir uns darauf da ein zwei raus zu picken Ja wenn wir das schaffen Ja ich bin wieder da Ich Boah es geht zu schnell Es geht zu schnell Wir müssen jetzt das Ding auf jeden Fall deffen Ja Die werden alle da mitkommen Wir dürfen uns halt nicht kriegen lassen Am besten wir fighten das erste hinten bei den Türmen Ja Ja Na gut Und Lassen die halt wirklich sein Die Tyranne weiß das jetzt Okay Kälter ist zuerst ne Sonst geht Ja bis auf die Ulti von der alten Tyranne Mach auch Ulti Okay Daubert Was ist das denn Was ist das denn Was ist das denn Der Crew man Ich weiß gar nicht wo du bist Gut Da unten Der Kälter ist fast down Aber der und der Crew man haben mich gemacht sagts einer Ist scheiß ne Ist ok. Ist ok. So. Ja. Ich dachte das hier so krass war, als ich es nach unten laufe. Ja ja, die machen das Camp. Dann lass uns nach unten gehen. Ok. Geht nach unten, holt alle unten das Camp. Kann gleich, wenn das Camp oben rot wird, hol ich mir das. Ja, ich komm mit. Ist ein Blödsinn. Ja, richtig. Wenn wir den Fahnen nicht stellen lassen, mach dir das schon, ne? Boah, die sind auch schon wieder hier. Ja, die drücken jetzt top. Ja genau, dann müssen wir das machen. Ja. Die Geister. Na? Mh, ja wahrscheinlich. Chattend aber auch, ne? Hier, hier! Oh, was ist mir das? Wusstest du nicht was? Ich bin! Oh shit! Wo bist du weit vorne? What? Das kann ich dürfen. Ja, achtet auf Keltas, der ist hier und noch einer. Was machen die jetzt? Okay, jetzt die Viecher in der Mitte. Jetzt schön auffassen. Ah, guck mal, jetzt kommt der hier rein. Das ist ganz gut. Ähm, so, packt euch einen. Ich bin schon wieder freund. Guck mal, die machen immer so einen Klassen-CC-Scheiß hier mit uns. Ich komm da gar nicht raus. Ja, und das ist geil. Nee, ist krass. Ey, das ist Hammer. Nee, du kommst da nicht weg, weil der Dings diesen riesen Stunbereich hat, ne? Ja. Oh, Leute, ey. So, die warten natürlich. Ja, siehst du, jetzt kann ich von hinten. Ja, siehst du, jetzt kann ich von hinten. Kelter, fliegt, fliegt, fliegt. Oh, weg, 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 weg. Du randeln auch. Nee, du bist weit drin, ja. Du kannst nix machen. Ja, aber gut, jetzt machen wir's. Ja. Hauptsache, ich sterbe. Das ist also nicht irgendwie. Ah, sagst du so. Der Rest, der Rest ist ja wirklich. Warte. Warte. Achtung. Oh, oh, die Sacker ist so weit vorne. Etzmann, Etzmann. Ja, den einen kunden Typen, sauber, und jetzt die anderen. Boah! Oh nein, pass auf die Wallerunnen. Scheiße. Bist du die Waller? Ja. Was? Wo geht's nicht? Naja, wenigstens ein bisschen was. Ja, gut, komm, 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 rauf jetzt, rauf jetzt, rauf jetzt. Ja, ja. Oh, du scheiße Wallerunnen. Ab sie gewischt. Raus, raus, raus. Boah! Ja, einfach drauf, komm. Ja, einfach drauf, komm. Ja, einfach drauf, komm. Ja, einfach drauf, komm. Alles drauf. Scheiße. Scheiße auf ihn, scheiße auf ihn. Egal! Können wir nehmen, können wir kriegen. Ja, gut. Wunderbar. Boah! Da sollte man eine Ulti stehen, ey. Okay, ich geh mal kurz zum Grund. Boah, ich... 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 Ja, ich auch. Ich... 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 So, und jetzt, ähm... Ja, müssten wir entweder... Ja, wir müssen den pushen. So, wir... So, wir... Wenigstens müssen wir den... Äh... Ein Turm schaffen. Ja, ja, müssen wir... Ja, ich will da nicht gleich rennen. Ich... So, Schild is... Weg! Ja, den Turm, oder? So, warte auf, ich mach mal ne Ulti rein, ja? Sofort? Ja, ich auch. Ähm, warum reitet mein Bixler nicht weiter? Oh, er hat uns, er hat uns jetzt richtig am Arsch. Nein! Das war so fatal jetzt. Oh, das war so kacke, warum ist mein Viech nicht weitergeritten, ey. Das ist echt nur gewischt. Naja, gut. Ja, das war eigentlich natürlich genau das, was man nicht machen darf in dieser Situation. Schön. Ey, sie sind schon so lange tot, weil es schon am Ende vom Spiel ist, die werden jetzt alle ihre Camps machen, schön. Ja, das ist das, das ist das. Da müssen wir wieder die ganze Zeit deffen, dann kommen wir wahrscheinlich wieder zu spät zum Viech. Aber, noch ist nichts verloren? Nee, noch nicht. Die werden jetzt erstmal das Hardcamp machen. Ja, da ist es. Der Predictor hat mir ja zugeschlagen. Ja, das gibt doch nichts zu predikten, ja, was haben die für Optionen? So, aber die, vielleicht versuchen sie unsers zu machen und dann müssen wir, ja, wir müssen sofort auf jeden Fall nachgucken. Das könnte echt entscheiden werden. Auch komm, lauf, 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 Leute. Auf der anderen Seite. Nee, sie sind nicht da. Wir haben oben und unten gemacht. Ja, dann. Das schaffen wir, ne? Das ist für 13 Sekunden. Das Problem ist, wir müssen oben und unten halt auch treffen. Alter, die anderen haben den schnell dran gemacht, wir müssen sofort in der Mitte. Ja, ich mach auf unseren gleich, wenn die kommen, Ulti. Oh, guck mal, die Deffen, nur die Schweinepriester. Ja, die wollen uns genauso trappen, wie wir sie. Ja, ich warte jetzt hier. Und Lili hat, glaub ich, dann auch das vor, was ich denke. Ja, Walla kommt, Walla kommt. Ja, ich warte noch. Das ist noch gara. Tyrande. Tyrande, könntest du, Tyrande? Nee, reicht nicht. Nein, da ist schon wieder ein Drinja. Back, 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 erst mal. Ich bin... Geht nicht, er hat uns mit dem Tanzen noch gekriegt. Hallo, Riga. Ja. Ach, das Tanzen in dieser riesigen Scheiße drüber, Alter, ist so eine... Nein, nein, nein. Sauber. Scheiße. Wie viele Ultis hat der denn? Ähm, jetzt mal ein blöder Vorschlag. Ja, ist vorbei. Ne, muss nicht sein. Aber wenn wir das jetzt überstehen... Ja, obwohl stimmt, wir haben noch einen Turm mehr, ne? Unten einfach, guck mal, unsere sind unten nämlich durch. Ähm... Naja, die müssen immer zwischendurch zurückgehen. Ob wir einfach mal... Vielleicht da... Ob einer oder zweimal in die Mitte pieken beim nächsten Boss und der Rest pusht irgendwo durch. Ja. Weil sonst... Ja, die... Denk ich mal. Das... Ja, du kannst nicht mit einem oder zwei, wenn dann müssen alle. Oder mindestens wir drei. Der muss doch mal an sein. Okay, wir sind noch rechtzeitig da. Erstmal hier hin, ne? Ja. Ja. Ja, zum Glück ist er unten gleich mal so, ne? Ja, dann noch ein bisschen mehr kaputt zu machen. Jetzt gibt's auch das Mett hier. Das ist auch so, ich stehe schon wieder in der Ultimation. Das ist auch so, ich stehe schon wieder in der Ultimation. Ich versuche mit der Sagara an den Platz zu tauschen und mit der zu landet. Hab sie! Wir können nichts machen, wir müssen das Viech machen. Oh, nein, ich bin tot schon wieder. Ey. So, jetzt gehen wir uns um die Anknall. Jetzt geht's. Oh, da hattet ihr schön. Drei. Oh, jetzt kommt der Drei oder Drei. Oh, jetzt kommt der Drei oder Drei. Oh, jetzt kommt der Drei oder Drei. Geht's zurück, Ham. Ich will noch einen haben. Ja, aber wen? Da macht die Fliegdinger weg da, die Fugdinger. Der ETC ist der, der den Schaden kriegt und... Ne. Dafür reicht der Heal von Tyrande noch aus. Ja. Ja. Okay, um... Ist mir erstaunlich, wird ausgegangen, ehrlich gesagt. Oben nochmal, genau. Scheiße, ich gehe wieder runter. Nein, die sind unten. Ich bin das Glück, oh, so eine Scheiße. Na, ich mein, weil das Camp jetzt gegen uns zu laufen ist. Hier, Mitte Camp, jetzt alle Mitte Camp. Wir machen unser Camp sonst. Ja, sind sie schon... Haben sie schon gekriegt. Toll. Raus da. Ja. Ähm. Sagt mal einer an? Soll ich ihn versuchen? Versuch einfach. Ja. Kommt immer noch was auf, was auf. Naja, ja, ja. Wo sind die? Wir sind ja immer mit, wir machen die Viecher sofort, das gleich. Wir müssen jetzt mit irgendwas auf irgendeinen von denen drauf. Ich... Ehrlich, wollen wir nicht pushen? Da, Gara. Hier. Hey, das ist schon da. Ja. Sauber, das war wie sehr gut. Ich hab da Gara gekriegt. Hier jetzt den, den anderen Typen hier, den ETC. Ich bin tot, wieder. Nicht geblockt. Zwei haben diesmal gechanged gegen mich, das ist okay. Ja, bis auf, die werden jetzt treffen, während der Zeit hauen, natürlich, hier auf unser Camp ein. Das ist also unsere Festung, ne? Eintrum steht noch. Oh. Ah, Gott. Der war einfach zu oft mit dem. Pass auf, noch unser Gara. Das ist zum Kotzen, ey. Aber früher hat man einen Viecher, aber auch einen Schaden gemacht. Schild ist gleich weg. Unsere Zitadelle wird angegriffen. Das ist okay. Die Welle wird von unseren Minions aufgehalten, das ist okay. Geh, heil dich Hansen, heil dich. Ich hab mich mal da ein bisschen. Ich steppe, oder? Mitte kommen, Mitte kommen, ne? Mitte kommen, Mitte kommen, auf jeden Fall. Oh Mann, Alter, immer diese Zehntel-Sekunde, Alter, bevor hier irgendwas rauskommt. Du schubst mich der Scheiße in die Zier. Ähm. To run this, weeeeg. Mol dich raus aus der Ulti? Ihr endet euer Weg. Das müsste irgendwer mal schaffen, hier unten das Camp zwischendurch zu wachen. Ja, was ist denn hier mit Gegend? Es ist keiner mehr da, es ist keiner mehr in der Mitte. Was? Kommen wir wieder. Du hast noch jetzt gefundenes Fressen. Ja, warte. Es ist zu spät, jetzt mach das hier unten. Wer hilft mit? Da gehst du, das andere ist eh gelaufen. Ja, was machen wir? So lange die Viecher da sind, ist keine Camps da. Ach Leute. Sag wo ich hin soll, sonst pushe ich hier weiter. Geh zurück, verteidige das Viecher mit. Ja, aber das ist so ganz im Chor. Ich konnte mich nicht aufhören. Und ihr erst recht nicht. Geht er weg? Ich porte doch nicht. Ja, 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 ja. So. Ja, das war ne knappe Wiese. Ich hab dich nur noch von Mini-Quatsch vertreten. Ja, ja, ja. 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 Das hat so gut angefangen, ey. Ja. Ja. Das hab so gut angefangen, ey. was anderes kannst du nicht mehr sagen was ist das denn für eine tödliche combo gewesen alter das ist kathos und diesen krassen schein und war ja was und auch genau die für die wir uns entschieden haben eigentlich drauf zu gehen das agar aber auch echt störend kummer die hat uns manchmal hat die drei rausgenommen aus dem teamfight das heißt nicht also der kann ich bin auf jeden fall nicht so tanky wie die anderen tanks aber dafür kann ich eigentlich auch schaden naja haben sie was sagte hat nicht so an sein läuft heute ja gestern habe ich immerhin mal eins gewonnen und eins nur verloren ja da war ich aber nicht dabei noch einen zweiten rassenkampf aber ja gut wir haben ja schon ewig nicht mehr zusammen gewonnen das stimmt ja ich saboteere euch ja auch das merkt ihr noch nicht läuft einfach nicht ja da haben sie und ich wir spielen jetzt eine runde fallout 4 2 gegen 2 und auf der top lane richtig ich hole mir immer die camps und haben sind die xp und das läuft da ganz gut fallout 4 ist ein geiles moba müsst ihr mal reingucken teuer ist das ist free to play richtig genau ist ein blizzard spiel fallout 4 genau und bleibt ihr subscribe bitte bei magi harms und mir wenn ihr immer richtige infos zu den spielen wollt und nicht so fake infos ja alles klar danke fürs einschalten und guckt doch auch beim nächsten mal wieder rein macht's gut